Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Punktwerte, feste Schüsse ZE und BEL für Mac herunterladen und in Charlie importieren. Der Importvorgang verhält sich für BEL, Punktwerte und feste Schüsse gleich. Exemplarisch beschreibe ich Ihnen den Vorgang einmal anhand der Punktwerte. Gehen Sie zunächst auf die Homepage der Solutio GmbH und CoKG, dort auf Service und in den Bereich Downloads. Hier finden Sie die Datei, Punktwerte, BEL-Festzuschüsse unter Mac. Klicken Sie einmal darauf, um die Datei herunterzuladen. Nun gehen wir zurück in den Charlie. Wir befinden uns im letzten Hauptbereich Stammdaten, letzter Karteireiter Sonstiges, letzter Radio Button Dateioperation und in dem Unterkarteireiter Stammdaten. Hier haben Sie die Möglichkeit, die BEL, Punktwerte, Kassen und Festzuschüsse ZE zu importieren. Wir klicken einmal auf Punktwerte, Kassen importieren, bestätigen die Frage, sollen die Punktwerte importiert werden mit Importieren. Charlie öffnet mir ein Dateipfad und in den Downloads finde ich den Ordner Punktwerte. Ich markiere diesen und sage Öffnen. Und schon importiert Charlie die aktuellen Punktwerte. Nach erfolgreichen Import erhalten Sie eine entsprechende Erfolgsmeldung. Und diese Schritte wiederholen Sie dann im Anschluss für die BEL und die Festzuschüsse ZE. Und diese Schritte wiederholen Sie dann im Anschluss für die BEL.